Mein Gott, das hat wirklich niemand erwartet. Noch eine große Neuigkeit aus dieser Woche hier hinter den Kulissen der SGE. Der Eintracht Frankfurt, wie wir wissen, nähert sich dem Ende, um wichtige Entscheidungen für das Team zu treffen und die Ergebnisse signifikant zu verbessern. Zu diesem Zweck möchte Eintracht einen neuen Torhüter holen, um die Position zu verstärken. Adler Tolger, ich werde es dir erzählen, aber bevor wir beginnen, wenn du Eintracht liebst und die Nachrichten des Klubs verfolgst, ist dies der ideale Ort, um dich über die neuesten und wichtigsten Ereignisse im Klub auf dem Laufenden zu halten. Überprüfe also, ob du bereits abonniert bist und wenn nicht, abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen. Der Eintracht Frankfurt hat Maßnahmen ergriffen, um die Lücke zu füllen, die durch den Abgang von Deandramay entstanden ist, der zum Ajax Amsterdam gewechselt ist. Der neu verpflichtete Torhüter soll berichten zufolge aus Brasilien stammen. Im Umfeld von Eintracht Frankfurt findet eine Veränderung in der zweiten Position statt, direkt hinter dem Stammtorhüter Kevin Trapp. Laut Informationen des brasilianischen Portals Globo Esporte steht der deutsche Verein kurz vor der Verpflichtung von Caos Santos, einem 20-Jährigen, der vom Flamengo kommt. Die Transaktion umfasst eine Summe von rund 1,6 Millionen Euro, die nach Brasilien überwiesen wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Eintracht 70 Prozent der Transferrechte halten, während die verbleibenden 30 Prozent beim Flamengo verbleiben. Santos wird die Position in Frankfurt übernehmen, die zuvor von Deandramay besetzt war, der für 4 Millionen Euro zum Ajax Amsterdam gewechselt ist. Nun bleibt abzuwarten, ob Santos aus der U-20-Nationalmannschaft in der Hackordnung des Teams Jens Gahl, der 34 Jahre alt ist, übertreffen kann. In naher Zukunft haben die Verantwortlichen von Eintracht wahrscheinlich diesen Plan im Hinterkopf. Adler Teuger, erzähl mir hier in den Kommentaren. Möchtest du Caos Santos als Verstärkung bei Eintracht sehen? Ja oder nein? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit. Übrigens ist es interessant zu wissen, dass der brasilianische Verein Flamengo einer der größten brasilianischen Vereine mit vielen Titeln ist. Daher könnte dieser Versuch, den Torhüter zu holen, eine gute Investition sein. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in dieser Woche an Neuigkeiten ansteht. Gib dem Video einen Daumen nach oben und zeige deine Unterstützung für unseren Herzensverein. Ich erwarte dich im nächsten Update. Untertitelung des ZDF für funk, 2017